ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin schon sechs Ich hab vorhin noch versucht ein Kumpel von mir von IPT rüber zu kriegen, aber Wie warst du bei IPT drin oder warst du da wie? Ja Ne mein Kumpel von mir ist bei IPT und er ist erst seit kurzem und ich hab die ganze gesagt, also rüberkommen bla bla, was wie so alles und so Ja gut, wir haben keine Leute ab, ne? Und als ich dann eben wieder online gekommen bin, bzw. vorhin war offline Ah, jetzt sind alle ... ... Oh, 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 oh. Schieß, schieß. Okay, doch. So, ich gehe mal zu durch. Das ist schwerer dann. Das hört sich aber richtig ordentlich an. Lieber Freund, das hört sich aber richtig vornehm an. Also dann ist schwerer. Da hat er mir den Knie gekleidet, würde ich sagen. Entschuldigung. So. Hier kommt aber auch nichts mehr hoch, ne? Mann, ey. So langweilig. Ja, Mann. Ist es auch. Geht doch alles nur an der Führung hier. Echt mal. Was geil wäre, wenn du in diesem Gang, wo sie hochkommt, Claymaus legen könntest. Ob sie von der Wand oder wenn sie von der Wand weg geht, ne? Du könntest hier heute schon zwei zu viel hin klatschen. Also rechts und links an der Wand und wenn einer hochkommt, dann springen. Aber es wäre ziemlich teuer, wenn du das jedes Mal machen müsstest. Und auch ziemlich aufwendig. Ich stelle mich hier lieber Helm und Knall sie alle ab. Reaver... Weil... Die kommen da nicht mehr aus die Lücke da raus, da. Ey. Gutsch Richtung. Gecko. Wo sind die? Ich hier lief eben einer. Eben einer. Ja. Danke. Der IPT ist auch hier. Ja, läuft doch. Soll mal zu uns rüberkommen. So, dann wechsel ich mal zum Inch. Ja, da könntest du bestimmt jetzt mit der Claymore verpunchen machen. Ja, ich hol mich Panzer. Komm, ist gut? Meine Musik ist ja voll Porno hier im Offenheim drin. Hallo, wer ist da? Wer ist das? Hi! Moin! Ja. Eure Musik ist richtig Porno. Okay. Ich habe mich voll in Sprork's und ne größin getème. Ach! Ciert, Alter oder was weiß ich. Ja genau, eine Panzermine von der Band! Ja was, welchen Outfit bist du oder woher kennst du uns oder was? Ich bin hier einfach in der Serverless hier, um einfach drauf gekling. Was weiß ich, was will ich hier! Hi! Ohi! Hi! Warte, ich komme euch hier. Die Musik ist so geil. Wäre bestimmt ziemlich nervig. Egal für mich nicht. Ich würde irgendwann einschlafen. Und beim Zocken einschlafen ist nicht hergelegt. Also in der Ecke zu überraschen wird sehr sehr scheiße. Ich glaube wir müssen jetzt... Warum laufen? Ich hab'n Proler, wer rein will. Ne. Hab'n helle Bade drauf. Brauchst du irgendwas Klato? Ich brauch' dir noch einen Ingenieur bei mir. Brauchst du irgendwie Muni oder sowas? Ja könnte ich gleich auch gebrauchen. Äh Leute, wer war das jetzt genau? Keine Ahnung. Name OH Punkt? Die war in der Serverliste oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja. Was heißt denn? Wir sind ja ein offizieller Server und ähm... Wir sind dann in der ganzen Serverliste drin und da kann dann jeder bei uns reinkommen. Ist aber jetzt nicht aus irgendein andern Clan jetzt oder wie oder was oder... Dann zumindest nicht in ihrem Namen. Bestand nun Gäste? Oha. Irgendwas, ein Junge oder ein... Mädchen. Mädchen natürlich, Junge. Ähm... Drücken wir mal mit deinem Panzer an die zusammen. Lohne, übertreib'n nicht. Könnte ich so viel, wenn du dich im Weg stellst. hier ist übrigens einer pass auf das da ist bestimmt einer mit c4 oder so bengert tot ich fahr nicht ungern alleine rum da brennt auch schon scheiße alter erst mal eine spritze setzen komplett heraus für die basis post wenn ihr noch mal ein pro da bist du raus aber er könnte eventuell bekommen riva mit dem fahrgangs geschütz runter hier ist erleichtert ich frage mich von durch eigentlich abgekleidet werden die ganze zeit die die skunker ich habe den ex einheit am arsch er hat sie mir mal steckung geben ich musste kurz reparieren als ob es noch sagst du bescheiden so dass man das eine ex einheit noch in der nähe reichend reichensiert so wie sie eine leichte acht er hat auch nicht mehr viel da war ein hier ist jetzt hat es auf jeden fall dauern schuld munition vielleicht im europa jetzt ist eine erste tank of spartan was auch das leichte bei dir an dem panzer ich hab ihn dankeschön über dir kommt jetzt eine runter mehrere über dir aufpassen da genau jetzt kommt eine runter ich bin fast dauer scheiß jetzt nicht dauer ist ja noch da da oben oder was oder wie also ich bin hier oben noch brauchen wir nicht sein wir müssen jetzt hier runter das andere ist das hier ist tut mir leid leute es tut mir doch so leid leute so der muss ungefähr hier sein dass andere müsste ausgeschalten werden ja ne der steht weiter links aber schon eine gute richtung der steht mich hinter dem berg park hier oben ist ein sniper der grad alle türme umsteht stellt mit der carver die einen one-shot-down macht da steht noch mehr nix dürfen nicht schießt ja es hat alles offline oder was sollen wir jetzt mal den hafpunkt angreifen oder wie sieht das jetzt aus ja was macht ihr dann da im gebirge ja da haben wir gerade den zander ausgeschaltet greifen die schilder an ja merke ich schon die sind auf distanz besser als ich los klarte los da ist noch oh da ist ein vengard ich gehe noch mal aus den socken ey erst mal schilder oder A-Punkt A-Punkt wird schon gedefft von uns also was schilder oh fuck 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 heavy scheiße da ist nicht irgendein spacken hier mal engineer da ist nicht irgendein spacken hier mal da ist nicht irgendein spacken hier mal da ist nicht irgendein spacken hier mal das ist nicht irgendein spacken hier mal der ist nicht irgendein spacken hier mal deinenAgentur den der die die